Marcellus Wallace hat ein Ansagevideo gegen Tobias Hoch rausgehauen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Gute Marcellus drohte nämlich, gefärbt zu werden und jetzt ist das Ganze erfreulicherweise doch nicht passiert. Und hier erzählt er uns jetzt mal, warum und warum er eine Ansage gegen Tobias Hoch gemacht hat, beziehungsweise was Tobias Hoch mit dieser ohne Kanallöschung zu tun hat. Ja Moin, ich wollte mich mal bei euch entsprechend zurückmelden, denn ich habe am Samstag im Stream gesagt, wenn ich am Montag in der Lage bin Videos hochzuladen, dann wird mein Account nicht gelöscht und wir haben mindestens einen Strike von den dreien wegbekommen und das scheint momentan der Fall sein. YouTube hat meinen Kanal bis jetzt noch nicht gelöscht. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr ungefähr und wenn ich das Ding hochlade, haben wir ungefähr 16 Uhr, von daher passt das schon alles. Ich gehe auch davon aus, dass mein Account jetzt nicht mehr verschwinden wird, denn wie gesagt, ich habe jetzt in der Account-Sicht quasi bei YouTube nur noch zwei Strikes und dementsprechend hat die Anwaltskanzlei echt gute Arbeit geleistet in der letzten Woche dagegen vorzugehen, einstweilig die Löschung zu verhindern. Und gleichzeitig hat wohl YouTube schon eingesehen, dass einer der drei Strikes völlig unberechtigt war und hat ihn dann entsprechend runtergenommen. Selbiges werden wir jetzt natürlich auch für alle anderen Strikes und auch vor allem für die sieben Meldeformulare für die Videos machen, denn die sind genauso rechtsmissbräuchlich eingereicht worden, um kritische Stimmen zu verstummen. Und natürlich kann man auch argumentieren, dass es nicht das mildeste Mittel war, was Tobias Huch hier gewählt hat, denn Tobias Huch hätte mich in allererster Linie auch mal über die Kontaktmeldung, die von mir angegeben worden ist, anschreiben können und bitten können, dass falsche Informationen, sofern sie denn überhaupt vorhanden sind, gelöscht werden. Und wenn ich darauf dann auch nicht reagiere, dann hätte er sowohl striken als auch dann entsprechend den Rechtsweg wählen können. Das ist so eine normale, humane Rechtsmittelvorgehensweise, besonders wenn man dann wie Tobias Huch die ganze Zeit rumweint und einen vom Pferd erzählt, so von wegen, wenn Ahmad, wenn Heikel, wenn Aggressionsprobleme und Salim Sammatou ihn wegen Urheberrecht striken, dann ist das ja ganz furchtbar unfair. Das wäre ja, okay, Marcellus Wallace zeigt es hier gerade die ganze Zeit. Das ist ja schon interessant, wenn man jemandem anderen etwas vorwirft, was man selbst sehr exzessiv einsetzt, glaube ich, Kritiker. ... und böse und dann will man ihn ja löschen und zerstören und man behindert ihn in seiner Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Aber wenn man dann über Tobias Huch berichtet, mit Beweisen, mit Belegen, alles per Screenshot und alles öffentlich und nichts weiter als in irgendeiner Form belegt, dann weint er rum in seinem Discord. Ich zeige euch das hier nochmal, dass man erstens mal auf so Hass und Hetze von mir nicht eingeht, was völliger Schwachsinn ist, weil es kein Hass und Hetze hat, würde er nicht so viel Lügen und so viel Scheiße erzählen, hätte ich gar kein Material, um da Videos draus zu machen. Und das Dritte ist, er soll sich vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen, wenn man dann bei anderen Leuten immer rumweint, wenn sie gegen ihn vorgehen. Er weint wegen Schuyoka, weint er jetzt rum, dass er das Urteil kassiert hat. Er weint gegen Kayana rum, dass er ihn verklagt, weil er doch nur die Wahrheit sagt. Nein, er hat ihn tatsächlich beleidigt und verleumdet. Und da würde ich auch gegen vorgehen. Und nichtsdestotrotz sollte Tobias Huch vielleicht noch weiter an seine eigene Nase fassen. Denn was Tobias Huch mir alles schon vorgeworfen hat in den letzten zwei Jahren, ich wäre ein türkischer Grohr Wolf, also ein Faschist, absoluter Faschist der Türkei, weil ich ihn wegen seiner Aussagen zu Türkei und Kurdistan kritisiert habe, was völliger Bullshit ist. Er lügt halt. Ein Copyright Strike, weil dort Straftaten begangen worden sind, also verleumderische Straftaten. Ja, aber selbst wenn er verleumderische Straftaten begangen worden wären, dann ist Copyright nicht das richtige Mittel. Copyright Strikes verwendet man, wenn Copyright Rechte verletzt soll. Also wenn du beispielsweise einen Beitrag hochlädst und jemand anderes den exakt so wieder hochladen würde, ohne Kommentare, ohne irgendwas, dann wäre das ein Verstoß gegen das Copyright. Also ich persönlich würde auch da nicht gegen vorgehen, weil ich ja froh bin, wenn meine Botschaften weiter verbreitet werden. Also das Copyright Vorgehen, das finde ich sowieso ein bisschen absurd. Aber ja, wenn jemand Verleumdung betreibt, dann kannst du ihn anzeigen und du kannst auch anwaltlich dagegen vorgehen. Also du kannst auf zwei verschiedenen Wegen dagegen rechtlich vorgehen. Also da brauchst du nicht die Copyright-Funktion zu missbrauchen. Das Ziel, dass ich körperlich angegriffen werde, um eine Zielgruppe aufzuhetzen, die im Umfeld des Nationalsozialismus aktiv ist. Weil man es nicht auf die Goldwaage legt. Da haben die, die haben einfach, die haben einfach aus Versehen einen Fehler gemacht. Sie haben aus Versehen transfeindliches Fascheumfeld supportet, dessen quasi rechte Hand oder den er supportet, ein Typ ist, der trans Menschen wirklich tot sehen möchte. Das Zweite ist, ich bin ein Mitglied des Nationalsozialistischen Untergrunds und würde ihm Leute auf den Hals hetzen wollen. Deswegen mache ich die Videos. Was schon eine übelst krasse Verleumdung ist, weil er das gar nicht beweisen kann. Das hat er übrigens auch mit Snitch schon getan. Snitch ist ja auch ein Begriff. Das ist ja schon krass. Also, wenn Tobias Hoch sich da gerade auf Marcelus Wolles bezogen haben sollte, dann wäre das schon krass. Also, ja. Bekennender türkischer Neonazi, der bei den Grauen Wölfen ist, hat Tobias Hoch bis heute nicht bewiesen. Ich habe damit auch über Tobias Hoch geredet. Er hat jetzt einfach Videos von Snitch verlinkt. Das ist einfach ein bekennender türkischer Neonazis, der auch bei den Grauen Wölfen ist, der klar antisemitische Haltungen hat. Ohne jeglichen Beleg. Diesen bleibt er bis zum heutigen Tage schuldig. Ich folgte also dem von Kuchen angesprochenen Werdegang und schrieb ihn an, diese Unterstellung zu unterlassen. Dementsprechend sollte Tobias Hoch einfach dankbar sein, dass Snitch ihn nicht angezeigt hat. Denn ich habe ihn angezeigt. Als mir YouTube die Klageschrift überstellt hat, die ich übrigens immer noch nicht in meiner privaten Adresse habe. Und das sind so Sachen, wo Tobias Hoch einfach dankbar sein sollte, dass ihn keiner der Leute strikt, anzeigt und vor Gericht zieht. Zum Beispiel Vermietertagebuch könnte das tun, eine Chrissy Rieger könnte das tun, auch eine Aggressionsprobleme könnte das tun. Aber sie machen es nicht. Der Mann soll einfach in Zukunft den Ball sehr, sehr, sehr flach halten und sich an die gegebenen Rechtsmittel halten und vielleicht auch mal zwei, drei Gänge runterschalten, indem er andere Leute diffamiert. Das hat er ja damals bei Turan D.M.N.G. auch gemacht. Da hat er nämlich behauptet, sammeln, 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 an den Verfassungsschutz schicken, so kriegt man die Leute schön klein. Sammeln, 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 an den Verfassungsschutz schicken, ans Landeskriminalamt, so kriegt man die Leute schön dahin, wo sie hingehören, schön klein. Das Gleiche könnten wir ja auch mit Tobias Hoch machen. Sammeln, 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 anzeigen, 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 vor Gericht ziehen, vor Gericht ziehen, vor Gericht ziehen und dann ist der Typ pleite. Also, Tobias sollte dankbar sein, dass keiner der Leute, die er verunglimpft, verleumdet, übel nachredet, beleidigt, als Rassisten dasteht und so weiter, außer mir jetzt, vor Gericht gezogen ist, beziehungsweise ihn per Strafantrag angezeigt hat. Er soll wirklich den Ball flach halten. Und sollte noch ein einziges Mal irgendwas in meine Richtung kommen, dass ich ein Nationalsozialist bin, ein Neonazi bin, Rassist, Faschist bin, ein türkischer Grauer Wolf bin und sonstige irgendeine Scheiße, die er sich da ausdenkt, einfach um mich. Also, ich hatte Marcellus schon im Talk und der wird auch diesen Mittwoch wieder bei mir zu Gast sein und streamen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dem so sei. Also, nichts Rex sagt, sondern eigentlich ziemlich liberale humanistische Standpunkte vertreten. Also, so ist zumindest meine Einschätzung. Also, das wären ja wirklich absurde Vorwürfe. Also, da sollte Tobias Hoch schon mal ein Statement zu abgeben. Ich meine, das sind ja ernst, also erst mal zum Missbrauch der Copyright-Funktion und zum anderen zu diesen ganzen absurden Vorwürfen, die er gegenüber Marcellus Wallace geäußert hat. Also, das würde mich ja schon mal interessieren, wie er zu diesen Vorwürfen steht. Zu diskreditieren, weil er einfach keine Argumente dagegen hat, was ich zu sagen habe, dann mache ich dich fertig, Tobias. Ich war jetzt zweieinhalb Jahre lang freundlich. Du hast mir zwei Jahre lang immer wieder Drohungen ausgesprochen. Du würdest den Staatsschutz auf mich draufhetzen. Einen Herrn, der in München arbeitet und um den wird sich dann auch einmal der Staatsschutz kümmern müssen. Der die ganze Zeit rumlügt und irgendwann, es reicht halt irgendwann. Glücklicherweise ist der zuständige Beamte hier im LKA Bremen aus dem Urlaub zurück. Dann werde ich mich mit ihm treffen und dann mal die ganzen Sachen, die aufgearbeitet sind, auch erklären. Und dann wird das sowohl auf der streifrechtlichen Ebene als auch auf der zivilrechtlichen Ebene, wird das dann mal angegangen. Du würdest die Staatsanwaltschaft auf mich schicken, du würdest mich anzeigen, du würdest mich verklagen. Du lügst auch rum, dass ich meine Adresse verschleiern würde. Wie konnte mir dann dein Anwalt mit meiner privaten Adresse über YouTube eine Klage zustellen, wenn du doch meine Adresse nicht hast? Du bist einfach ein Lügner. Du bist ein richtiger Lügner. Und um das noch schlimmer zu machen, am Anfang, als ich über ihn berichtet habe, hat er noch KuchenTV mit reingezogen und versucht, über KuchenTV mich mundtot zu machen, weil KuchenTV ist ein reichweitenstarker Account. Der hat dann auf zwei, drei Videos reagiert und damit hat Tobias Hoch gedacht so, jetzt haue ich ihm so richtig eine rein und dann lässt er mich in Ruhe. Bullshit. Du lässt doch die ganzen anderen Leute auch nicht in Ruhe. Warum gilt das dann für mich? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also statt irgendwie andere Leute zu verleumden, solltest du vielleicht vor der eigenen Haustür schaufeln und da mal gucken, dass du da alles wieder schön vernünftig machst. Denn das, was hier so momentan rumläuft im Internet, was du so betreibst mit deinem Kumpel Ariel Schalikar und für alles andere sehen wir uns vor Gericht, mein Freund. Denn angezeigt habe ich dich ja auch für die Verleumdungen, die du mir entgegengestellt hast, die ich jetzt ja auch übrigens in das Video mit reinpacke, damit jeder sehen kann, was du in der Vergangenheit alles gemacht hast. Denn es gibt so viele Leute, die zwischendrin reingekommen sind, die noch gar nicht wissen, was du eigentlich für ein mieser Charakter bist. Und dann lernen sie dich jetzt nochmal richtig kennen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Dienstag und Mittwoch im Stream. Wer da mit mir reden will, kann gerne mit mir sprechen. Mittwoch auch das Gespräch mit dem Agitator. Ich werde auch noch mit Aggressionsproblemen reden. Ich werde mit Polytopia reden. Ich werde auch mit Brotfunk reden. Es wird also spannend. Es kommen sehr, sehr viele Videos in den nächsten Wochen und Tagen. Also seid gespannt. Ich kann jetzt wieder auf dem Hauptkanal uploaden und werde dann den Arsfresser-TV-Kanal. Ja, Arsfresser ist sein Zweitkanal. Ja, das ist ja schön, dass er jetzt durch unsere ganze Bubble rumgereicht wird. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich habe Wallace, was ich bisher gehört habe, eigentlich, wie gesagt, total liberale, humanistische Takes. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er so eine krasse politische Ideologie in irgendeine Richtung hätte. Also, wie gesagt, ich habe ihn eigentlich bisher immer als Liberalen wahrgenommen. Vielleicht können wir da am nächsten Talk auch nochmal drüber sprechen, von welcher grundsätzlichen Sicht aus er Politik betrachtet. Aber, ja, weißt du, aus welchem Film der Name Marcelus Wallace kommt? Ja, von Quentin Tarantino, Five Fiction. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War ein interessantes Video von Marcelus Wallace hier und ich würde mich freuen, wenn Tobias Huch auf diese ganzen Vorwürfe mal antworten würde. Ich meine, es ist ja schade, wenn da sich nur eine Seite zu äußert und diese Vorwürfe äußert und die andere Seite das ignoriert, aber dann mit irgendwelchen Copyright-Strikes arbeitet. Also, was ja ein klarer Missbrauch der Copyright-Funktion ist. Also, das ist ja völlig evident. Also, selbst wenn Marcelus Wallace hier irgendwas Falsches gesagt haben sollte, dann ist da halt nicht die Copyright-Funktion für da. Denn, ja, dass ein Reaction-Streamer, andere Reaction-Streamer dafür sperrt, dass sie Reactions machen, ist, ja, es erklärt sich eigentlich von selbst, dass man so etwas nicht machen sollte. Also, das ist ja nicht so etwas, Vielen Dank.